So, da bin ich wieder zurück, ähm, irgendwie hat das Spiel richtig gebackt, deswegen habe ich es mal beendet, neu gestartet, noch ein paar Änderungen gemacht. Wilbur, ähm, Wilbur macht den Freudentanz auf der Treppe. Was gibt's? Ja, komm mit, Wilbur, wir müssen jetzt die... Och ne, die Quest abgeben. Orkisches Beute-Beute-Ziel. Tut mir nicht weh. Was? Witz. Ähm, noch mal, noch mal, noch mal neu. Was? Du willst mir gar nichts tun und meine Frau schickt dich. Sie hat mich nicht vergessen und eine merkwürdige Hilfe geschickt. Aber wenn sie dir vertraut, so werde ich es auch tun. Bring mich zu ihr nach Korat-Nua. Oh, wir haben noch ein... Kann man den jetzt ausrüsten vielleicht? Ah, den kann ich jetzt ausrüsten. Ähm, kann ich auch ein DAS geben? Nein, geht leider nicht. Boah, halt doch nur die Klappe und kauf den Hosten-Bombom, echt mal. 289, das reicht für den eigentlich. Ganz ehrlich, kauf den Hosten-Bombom. Schwert des Knechts. Er hat doch gerade das Schwert in der Hand gehabt. Hier. Ähm, er hat doch gerade das Schwert in der Hand gehabt. Bleib doch mal da jetzt hier. Doch, jetzt hat er es in der Hand. Geht doch. So, jetzt zu dritt sind wir unterwegs. Das ist doch super. Ähm, ich bin da falsch gewesen. So. Spielstände. Hier leer. Speichern wir mal hier rein. Gut, dann jetzt schnetzeln wir zu dritt alles nieder. Und jetzt zurück nach Korat-Nua. Ich hoffe, wir schnetzeln alle nieder hier, die uns in den Weg kommen. Wisst ihr gar nicht, wen ihr euch angelegt habt? Mit Puttis Armee. Greift er überhaupt an, der... Ist ja egal, ob er angreift. Naja, komm mal mit. Ach, nö. So. Die ganzen Skelette regen mich immer auf. Die vergiften mich immer. Ich mag das nicht. Ich habe jetzt kein, ähm... Ganz ehrlich, ich lasse das jetzt liegen. Ich haue jetzt ab hier. Ich laufe jetzt einfach durch. Ist das Beste für alle. Einfach durchlaufen. Ja, ja. Nicht mehr aimen kannst du. Wenn wir jetzt da fertig sind mit der Quest, dann gab es da, glaube ich, noch eine. Komm, wir lassen einen Wilbur stehen. Der kümmert sich drum. Wir rennen einfach feige weg. Oh. Ich glaube, jetzt wird es ernst. Wilbur, ich brauche deine Hilfe hier. Weg mit dir. Komm. Ah, jetzt. Weggebasht, hammer dich, ey. Ach, das ist, äh, unterer. Ich dachte schon, es wird so'n... einer, der auf die Fresse will. Gehen wir einfach mal weiter. Dann haben wir auch eine reingedonnert. Ich verwechsel die immer ein bisschen. Sehr gerne. Benz, wir dürfen ja hier nicht sterben. Ey, das regt mich auf, dem mit so'n Scheiß. Boah, wie viel Pfeil... Boah, ich hau hier ab, ey. Wie viel schießen die, ey? Boah, die schießen ja mit 10.000 Giftpfeilen, ey. Boah, ich bin weggelaufen. Und die kommen jetzt auch hinterher. Was ist denn das? Oh, nö, nicht die, ey. Ich hasse die Goblins. Die Goblins sind genauso, wie, ähm, ne? Wie, wie gerade hier über... Achso, da unten muss ich rein. Dann gehen wir mal die... Liefern wir dich mal aus, ja. Ist klar, und ihr lasst die hier reinlaufen, ne? Ist doch sicher. Und Wilbur, Wilbur war schon in der Stadt. Willst du mich auch verarschen, oder was? So. Puh, jetzt kann man erst mal verkaufen hier. Das hier, das, 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 das. Alles verkaufen. Damit mir richtig viel Kohle schaffeln. Nee, nicht. Das weg, das weg. Das weg, das weg, das. Das, das, das. Mössergranate. 106. Nee, den kann man auch weg. Schuhe. Auch weg. Den kleinen Kram hier auch weg. Angriffstempo. Wolfsruf. Ja, das überlegen wir uns nochmal. So 185. Das ist schon ein bisschen besser, aber. Was hat die denn für Sachen? Angriffstempo 7. 185. Ja, komm, kaufen wir uns. Ja. So, ich erst mal hier hin. Ich zieh die später an, also. Gut, dann kaufen wir uns noch die ganzen Heidtränke. Die ganzen Tränke hier. Nach und nach werden die Tränke doch wichtiger, wie ich sehe. Ach, da ist er, da. So. So, ich hab deinen Mann abgeliefert. Jetzt hab ich Belohnung gekriegt. Kriegsstrahl. Der ist doch neu. Verbesserte Kampfwerte durch Konzentration der Sinne. Ähm, Angriff plus 50% auf Verbündete. Aha. Mhm, mhm. Okay, also heißt das, das sollte ich vielleicht hier hin machen. Mal gucken, was bringt das? Also, wenn ich mir jetzt. Also, ich würde gerne die Buffs. Die Buffs in einen bringen. Zweit den hier. Und den. Was ist hier noch ein Buff? Abschlag, okay. Zwergenpanzer. Gier sucht. Aha. Eingraben. Das sind so die Buffs. Ähm, was ich noch haben möchte, ist vielleicht die Gier. Rein. Zwergenpanzer. 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 Ich glaube, das reicht alles eigentlich. Ja. Gut, dann hab ich. Kann ich das, kann ich das auch wegmachen? Den hier. Rundumschlag. Rundumschlag. Zwergenpanzer. Wucht. Rundumschlag. So, den weg, den weg. Dann mixe ich mir jetzt mal was Tolles zusammen. Und zwar, den hier. Den hier. Den hier. Und welchen mixe ich mir noch? Wir müssen mal gucken, wie lang die gehen. Und zwar, Cooldown. Ähm, steht das da? Ach, zwei. Sieben Sekunden. Zwei Sekunden. Okay. Dann hätten wir hier. Wo ist denn das jetzt? Hier. Hätten wir das jetzt auch eins. Den lassen wir trotzdem noch da. Den Flammenwerfer auch. Tausch. Gut. Der Buff hält wahrscheinlich nicht so lange, glaube ich. Gut, wir gehen nochmal einkaufen hier. Und verkaufen das direkt. Das natürlich auch. Gegen Dämonen, Waffen, Schaden, Gift. Mhm. Vielleicht soll ich Wilbur dieses Schwert geben. Ist jetzt ein bisschen schwächer, aber macht halt schon ein bisschen mehr Schaden. 141, aha. Ne, ich würde sagen, lass das einfach so. Verkaufen wir das hier nochmal. Und uns neue Tränkchen. Ähm, ja. So, 406. Gut, wir haben alles, was wir brauchen. Würde ich sagen, nochmal abspeichern. Das Ganze. Ach, doch nicht hier jetzt. Abspeichern. So. Da. Speichern. Zack. Gut, jetzt checke ich nochmal ab, welche Quests wir haben. Und zwar... Die Schriftrolle von Mikdarmun. Spähposten. Botschaft des Agenten. Die Schriftrolle von Mikdarmun. Gut, ich würde sagen, wie im anderen Quest nochmal später aufschneiden. Ich würde sagen, erst mal hier. Markiere ich mir direkt. Wenn ich das nicht vergesse. Wenn wir ein bisschen so... Ja, warte mal. Vielleicht so, dass sich da nicht überdeckt. Dann wenn ich sehe, was das ist. Und dann machen wir mal die ganze Wüste mal fertig. So, gucken wir mal, was wir noch schmieden können. Und zwar würde ich die gerne auch noch schmieden. Und da etwas Besonderes reinlegen. Auf Angriff, Verteidigung. Pro Schlag gegen Leben absaugen. Das hört sich doch super an. Oder? Immun. So viel Immun habe ich gar nicht, oder? Die habe ich leider nicht. Deswegen würde ich sagen. Auf alle Resistenzen 12. Plus 16% auf Verteidigung. Machen wir das mal so. Dann hätten wir die Rüstung mit Resistenzen. Magisch Resistenz an, sonst nicht Widerstand. Aber das ist irgendwie besser. Magisch Resistenz plus 7. Regeneration Special Move plus 10%. Ist jetzt ein bisschen kritisch hier. Komm, weißt du was? Hauen wir die mal hier rein. Die Sachen auch. Dann haben wir die los. Und jetzt können wir noch die Ringe hier anziehen. Und zwar Den hier vielleicht. Angrisst Tempo plus 4. Den tun wir auch noch rein. Den hier auch. Gut. Dann gehen wir mal noch mal hier rüber. Und gucken wir mal noch vielleicht Tränke holen. Und dann war es das eigentlich schon. Für heute. Tränke haben wir jetzt genug. Gut. Dann würde ich sagen. Ciao bis zum nächsten Mal. Das war es für heute. Euer Poti. Gut. Vielen Dank.